Was geht ab Freunde? Ich bin's Artem von HP Boxing. Mit auf dem Boot haben wir heute Slava Kerber, mein Kollege aus Heidelberg. Er gehört mit zu den besten olympischen Boxern in der 69 Kilogramm Kategorie. Er ist extra aus Heidelberg hergekommen, um mich bei meinen Vorbereitungen für meinen APB Finalkampf zu unterstützen. Es sind noch genau zwei Wochen bis zu meinem Wettkampf. Wir machen zusammen Sparring. Heute waren acht Runden Sparring mit auf dem Zettel. Sandsack, bisschen Schattenboxen, bisschen Seilspringen und Gymnastik und alles was dazu gehört. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass er hergekommen ist. Ich würde natürlich dasselbe auch für ihn jederzeit machen, wenn er es braucht und verfolgt die ganze Sache. Ich werde weiterhin noch Video Tagebuch drehen und euch zeigen, wie es so abgeht noch in den nächsten zwei Wochen, wie ich Gewicht mache und und und. Auf jeden Fall kommentiert und verfolgt die ganze Sache. Bis zum nächsten Mal.